Herzlich Willkommen bei Ihrer Outenrieder Schlossbrauerei. Seit 1650 brauen wir für Sie Bier. Die Kombination aus modernster Brautechnik und der noch überlieferten handwerklichen Tradition der Braukunst sichern die Spitzenqualität der Outenrieder Biere, welche bis heute mit über 150 Medaillen ausgezeichnet wurden. Um unsere Traditionen und langjährige Braukunst mit unseren Kunden zu teilen, laden wir Sie herzlich zu einer unserer Brauereiführungen ein. Unsere Braumeister führen Sie durch unsere Brauerei. Angefangen bei den verschiedenen Rohstoffen erfahren Sie vor Ort alles über das Outenrieder Kreislaufwirtschaftssystem und wie Bier gesotten wird. Begleiten Sie uns auf einem Rundgang über das Sudhaus durch unsere verschiedenen Gär- und Lagerkeller, der Flaschenreinigung und Bierabfüllung. Hier werden pro Tag ca. 150.000 Flaschen für Sie abgefüllt. Nach einem Besuch in unserem Brauereimuseum laden wir Sie selbstverständlich zu einem unserer köstlichen Biere ein. In unserem Brauereigasthof mit angeschlossenem Wohlfühlhotel servieren wir Ihnen bayerisch-schwäbische und bierige Schmankerl aus frischen, regionalen Produkten. Wir freuen uns darauf, auch Sie in unserer Outenrieder-Erlebniswelt begrüßen zu dürfen. Bis bald!